Hallo und herzlich willkommen zu einer sensationellen Aktion, bei der Sie, wenn Sie wollen, mitarbeiten können, damit Sie zu Hause ein richtig eingestelltes Barometer haben. Nur ein richtig eingestelltes Barometer ist ein glückliches und frohes Barometer. Und das können wir jetzt ändern, indem Sie am Sonntag um 12 Uhr Ihren Barometerstand ablesen. Und dann werden Sie im Laufe des Sonntagnachmittags ein Video hier wieder sehen, das Ihnen zeigt, wo Sie in Deutschland welchen Barometerstand hätten ablesen sollen. Und dann können Sie dann entsprechend Ihr Barometer korrigieren und dann haben Sie dann für dahin ein richtig eingestelltes Barometer. Also, das ist die große Aktion. Nochmal zusammengefasst, was passiert. Sonntag, 12 Uhr, Barometer ablesen. Es gibt unterschiedliche Skalen. Millibar steht manchmal drauf, das ist das gleiche wie Hektopascal. Das ist dann meistens so irgendwie 1013 oben in der Mitte oder Millimeter, dann ist meistens 760 Millimeter. Und wenn Sie ein schönes altes Barometer haben oder ein englischsprachiges, dann sind auch zum Teil Zoll drauf zu sehen. Wenn Sie noch Fragen haben bezüglich dieser Aktionen oder der Einheiten, die Sie auf Ihrem Barometer haben, können Sie die am besten über Twitter stellen, j-kachelmann. Aber eigentlich sollte es mehr oder weniger selbsterklärend sein. Wie gesagt, am Sonntagnachmittag dann das Video dazu, bei dem Sie dann sehen, welcher Luftdruck bei Ihnen Sonntag, 12 Uhr, geherrscht hat. Weitere Informationen wie immer auch auf wetterkachelmann.wordpress.com. Wirklichkeit. Wirklichkeit. Vielen Dank.